Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie sich während der schönsten Zeit des Jahres, also während der Ferien, um nichts kümmern möchten, nur noch geniessen, erleben, sich verwöhnen lassen und einfach sich selber sein, dann haben Sie sich vermutlich schon für GOP-Extra-Reisen entschieden. Jetzt ist der neueste Katalog erhältlich, mit einer Vielfalt von Vorschlägen. Ein Traumziel zum Entdecken ist Sizilien. Acht Tage auf dieser Sonneninseln im Mittelmeer, im Hotel nach Ihrer Wahl und mit bequemem Direktflug ab Zürich gibt es schon ab 750 Franken. Weitere Informationen über die Reise einholen oder den Prospekt bestellen, können Sie über die Telefonnummer 157 05 50. Die Leitungen sind heute noch bis am 9 besetzt. Wie das vorteilhafte Angebot mit GOP-Extra-Reisen nach Sizilien kommen Sie zahlreiche weitere Leistungen nur bei GOP über. Ganz neu zum Beispiel auch die Jeans. Norwe's Basic Jeans, die Sie ab sofort in den grösseren Verkaufsstellen antreffen, sind Jeans für höchste Ansprüche. Norwe's Basic Jeans sind bei uns in drei verschiedenen Schnitten erhältlich. Das Modell Pampa in Röhrenform für Damen. Das Modell Desert ebenfalls in Röhrenform für Damen und Herren. Und das Modell Rock in Karottenform für Damen. Die Norwe's Basic Jeans. Eine GOP-Exklusivität gibt es in Blue und Black Denim. In vielen grösseren und zu einem Preis, der ebenfalls einmalig ist. Das Paar kostet nämlich nur 49 Franken. In verschiedenen aktuellen Modefarben nur 59 Franken. Die Norwe's Basic Jeans haben nur einen winzigen Nachteil. Sie machen sie nicht sofort zur. Leider auch nicht zum... Und ihr schrägt nicht zur. Mit Norwe's Basic Jeans werden sie also leider nicht automatisch zum Star. Dafür zahlen sie auch noch das erstklassige Design, den perfekten Sitz und den höchsten Tragkomfort. Alles andere gibt es schliesslich günstiger im Kino. Was es diese Woche im Kochstudio gibt, sehen Sie in unserem nächsten Beitrag. Vor 14 Tagen haben wir Ihnen in einem Beitrag gezeigt, wie der Coopäckerei Fasnachtsküchli gemacht wird. Für die, die sich selber mal an das zarte Gebäck wagen möchten, haben wir heute das entsprechende Rezept vom Kochstudio parat. 300 Gramm Weissmehl mit einem halben Kaffeelöffel Salz mischen, drei Eier mit einem halben Deziliter Vollrahm verquirlen und mit dem Mehl zu einem festen Teig verarbeiten. Dann ein paar Minuten lang kräftig durchknetten, zudecken und vor dem Weiterverarbeiten ca. 30 Minuten ruhen lassen. Ich habe schon so einen Teig vorbereitet und in Portionen geschnitten. Die Portionen auf wenig Mehl zu Kugeln rollen und sie mit einem Walholz gleichmässig auswallen. Wenn die Knieplätze so zu wenig dünn werden, kann sie von Hand noch entsprechend ausziehen. Vor dem Bachen muss man sie gut bemehlen und einen Moment antrocknen lassen. In der Zwischenzeit das Öl auf 160 Grad erhitzen, die Küchen vorsichtig drehenlegen und auf jeder Seite 1-2 Minuten Goldgeld frittieren. Nach dem Bachen die Fasnachtsküchen auf einem Gitter und Haushaltpapier abtropfen. Und wenn sie ein wenig ausgekühlt sind, mit Puderzucker bestreuen und auf einem Teller stapeln. Das Rezept für die Knieplätze und für viele weitere beliebte Fasnachtsgebäcke finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich bin sicher, Sie werden damit viel Erfolg haben. Nicht nur das Kochen, auch das Abwaschen wird zum Vergnügen, falls man das richtige Spülmittel nimmt. Einzigartig für Ihren Geschirrspüler. Calgonit Flüssigschel. Es ist sofort löslich und entfernt selbst hartnäckige Speisereste. Geschirr und Gläser glänzen fleckenlos wie noch nie. Calgonit Flüssigschel. Für strahlend sauberes Geschirr. Zahlreiche Artikel offerieren wir Ihnen jede Woche zum Aktionspreis. Im Schnitt kann man so 20-25% sparen. Und zwar nicht auf irgendwelchen Randartikeln, sondern auf Produkte, die man gut brauchen kann. So kosten zum Beispiel die Chamouti-Orange in den Tragtaschen per Kilo nur 1,40. Bei allen Jubilor Wack-Kaffees in der 500g Packung können Sie 2 Franken sparen. Der Jubilor Classico zum Beispiel gibt es für nur 5,30 Franken. Drei Packungen Goldstar Käseküchchen bekommen Sie für 6,40 Franken. In den grösseren Coop-Läden ist 1 kg Knorrfleischsuppe spezial, ganz wie 10 Franken günstiger. Auch alle Galateigwaren an 500g sind günstiger. Und zwar 40 Rappen. Die Spaghetti zum Beispiel kostet nur 1 Franken. Und das Kilo gehacktes Rindfleisch gibt es für 11 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen zwei T-Shirts für Minikids für nur 13 Franken. Und dann an der Coop-Preisabschlag. Das 500g Rauchbrot kostet von jetzt an nur 1,70 Franken. Im Coop-Restaurant können Sie diese Woche wieder etwas besonders Gutes essen. Es paniertes Schweinschnitzel mit Tofinherdöpfel und Blumenkohl für nur 11,50 Franken. So viel für heute. Nächste Woche gibt es dann ein paar ökologische Tipps für den Garten. Auf Wiedersehen!